Das Smart City Solutions Dialogforum im Rahmen der Intergeo hat heute gezeigt, wie wichtig der Zugriff auf Daten ist, der Zugriff auf offene Daten, um Smart City Plattformen aufzubauen, um Smart City Lösungen zu realisieren, die einerseits helfen, die Kosten für den Betrieb einer Stadt zu reduzieren und andererseits die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu erhöhen. Und dabei ist es wichtig, sich auf einheitliche Standards zu verständigen. Es ist wichtig, Datensilos aufzubrechen und diese Daten dann gemeinsam auf Plattformen verfügbar zu machen. Und insbesondere der Bezug zu den Geodaten, den diese Veranstaltung exzellent darstellt, ist wichtig, um den Anwendungsbezug solcher Smart City Lösungen hinzubekommen. Und für mich ist es das erste Mal, dass ich hier auf dieser Veranstaltung war in diesem Jahr und finde das Thema Smart Cities sehr gut aufgehoben im Rahmen der Intergeo. Von daher werde ich auch im nächsten Jahr in Berlin wieder dabei sein.